Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Don't Starve Together, natürlich heute wieder mit dem Frame. Das bin ich. Und die Base. Ja, und ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt hier gleich am Anfang der Folge nicht schon wieder verhungere. Wäre nicht so praktisch. Ne, und ich muss schon wieder die Nacht abwarten. Ich habe mir gerade schöne Meatballs noch gemacht. Ja, die werde ich mir jetzt auch gleich machen. Ich habe nämlich dabei zweimal Meat, also ich habe jetzt zwei Schweine gekloppt. Ich habe dabei elf Beeren, dreizehn Karotten, ja, ein bisschen was. Dingt super, auf jeden Fall. Was denn? So, kann ich schon wieder laufen? Ja. So, noch eine Karotte. Noch eine Karotte. So, ich werde aber definitiv nicht mehr in die Richtung laufen gleich, sondern in eine andere. Um Kacka zu finden. Immer noch. Ähm, ja. Ich glaube, das wird ein bisschen schwerer. Ja, was ich nicht verstehe. Okay, man könnte jetzt da noch weiterlaufen. Ist hier zufällig schon wieder ein neues Schwein gespawnt? Du hattest doch gesagt, du hast diese Cut-Reads gefunden, oder? Äh, ja. Ich lasse davon bei. Ähm, sechs Stück. Oh, verdammt, wir bräuchten acht. Die sind im Prinzip, wenn du nach Osten gehst. Äh, äh, das würde ich nicht Karotte drehen. Also von unserer Base aus, warte mal, genau Richtung Osten, ja. Genau nach rechts rüber, gar nicht allzu weit. Das sind, äh, die paar Seen und diese Cut-Dinger da. Ich kann aber gerne am Rückweg welche mitnehmen. Das ist ja super, weil dann können wir uns Papyrus bauen und dann uns so ein Vogelkäfig bauen. Oh, ne Birdtrap. Das ist auch noch mal Futter. So, Map, ich muss ein bisschen nach oben. Genau, da ist noch was. Ach du Scheiße, schon wieder bloß noch elf Hunger hier, ne? Oh, hier ist noch eine Schweinehütte. Oh Gott, da würde ein Schwein schlafen, ne? Das könnte ich so leicht killen, aber daneben ist ein Spinnennest. Oh. So, weit habe ich nicht mehr. Aber ich glaube, ich muss mit, ja wohl acht. Ich würde mir jetzt ungern eine rohe Karotte reinziehen. Ich will aber auch kein Campfire mehr machen. Ihhh. Oh nein, es riecht nicht. Ja, ich habe leider keine Schweinehaut für dich. Ja, ich hoffe, ich werde einfach wieder vom Witz getroffen. Ja, und hier sind schon wieder Morsels in der Falle. Ich bin zu weit noch unten gelaufen. So, wir müssen jetzt ganz dringend was zu essen machen. Noch drei Hunger. So, wir werden jetzt erstmal eine Karotte braten. Und die mal essen. So, und dann hier den Kochtopf bedienen. So, zack, zack. Und zwei Karotten dazu. Kochen. Und wenn ihr mir das reingezogen habt, dann checke ich mal die Fallen. Ja, ich habe auch letzte Nacht nochmal geguckt. War ziemlich viel drin. Komm, gib mir das Food. Give it to me. Oh, ist das schön, wieder halb voll zu sein. So, dann werden wir jetzt mal die Kisten... Oh nein. Oh nein, unser Baum. Oh Gott. No, unsere Bushes. No. Frame hat alles angezündet. Unsere Beeren. Zum Glück waren die noch nie Fertilized. Oh nein. Oh nein. So, ich habe dir übrigens acht von den Cutreads mal reingepackt. Ich werde gleich noch welche holen. Ja. So, wir sollten dann irgendwann mal eine Kiste rein für Essen machen. Dass wir da so ein bisschen Ordnung reinkriegen. Ja, das war unser Wald. So, Spinnennetze. Es war ein bisschen doof von mir. Ich hätte eigentlich gar nicht erst da hingehen müssen. Ich wusste ja, dass mich da dupst. Ich gebe dir jetzt am besten meine 16 Pinecones, die ich habe zum Anpflanzen. So, Charcoal können wir da noch mit reinschmeißen. Okay. Wieso habe ich endlich meinen Rasierer dabei? Unnötiger Platz. Warte, wo waren die? Für was braucht man das Papyrus eigentlich? Für den Vogelkäfig. Ah, stimmt. Ich hole auf alle Fälle noch ein paar. Und das ist nur einer oder wie? Nee, man braucht zwei. Aber man braucht für einen nur vier. Die Frage ist, kann man die Vögel dann auch töten und essen? Normalerweise ja, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ich stelle einfach mal auf. So. Jetzt ziehst du da noch meinen Speed-Buff aus. Ja, ist echt. Das geht ab. Wie schmutz Katze. So. Ähm. Oh, hier sind wir da mehr Schweine. Ich muss die aber töten. Ja, warum? Oder ich will die töten. Ach du Schande, so viele Spinnen. So. Da haben wir nochmal vier von den Cut-Reads. Möchtest du das mal gucken? Aber wir haben eigentlich schon genug. Außer wir waren mehr Vogelkäfig. Ja, vielleicht kann man die wirklich auch kochen oder so. Keine Ahnung. Ja. Und es wird schon wieder dunkel, ne? Okay, die Schweine haben sich alle verzogen. Äh, ich höre Spinnen. Ich leuchte, ja. Ja, ich komme mal nach Hause. Bin ich hier richtig? Falls du dann noch ein paar Morsels hast, können wir noch ein paar kochen. Einen habe ich noch. Okay, dann werde ich auch nochmal ein paar Fallen checken. Oh ja. Queen Mushroom. Ja, man könnte prinzipiell auch die, äh, Pilze mit in den Kochtopf schmeißen. Mhm. Ähm. Inwieweit, was die für Effekte teilweise haben, äh, ich weiß ja nicht, ne? Naja, das weiß ich nämlich auch nicht. Oh, da ist wieder eine Falle voll. Ach, so ein Bird-Käfig ist das. Okay. Äh, kommt da unser sprechender Papagei rein, ja? Ja, genau. So, ein paar neue Bärenbüsche brauchen wir dann. Aber sowas kann man ja mitnehmen, wenn ich wieder auf, auf Kackersuche gehe. Ja, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Na, setzt doch die Trap. So. Ich bin ein bisschen in Eile, mein Freund. So. So. Mal später. Na. Set doch die Trap. Puh. Ähm. Ich hab mal ein bisschen Holz geholt für die Nacht. Ah, ist schon Nacht. Ich mach noch genug Licht. Hallo. Okay. Ähm. Was ich dringend mal gucken wollte, unter Food, ähm, Drying Rack. Oh, das könnten wir sogar ha- Moment. Ähm. Kannst du hier mal so ein bisschen, ähm, äh, Holz ins Feuer schmeißen? Hallo. So, weil ich muss nämlich hier ein paar Sticks abarbeiten im Dunkeln. Ich kann auch Licht machen. Das sieht so cool aus, ne? Da war ich wieder zu schnell. Ja, warte, ich nur abbrauchen. Das war das nicht. Ich geh nur so rum. Okay. Als schwebende Lampe. So, und als nächstes brauche ich noch Ropes. Gras hast du wahrscheinlich keins mehr, ne? Ich hab noch drei. Hm. Naja, zumindest mal hier für, also als allererstes machen wir das hier. Zack, zack. Und die Bären dazu. Dann machen wir uns eine Rope. Und wenn du noch drei hast, kann ich eine zweite machen. Oh, ich bin auch schon auf dem Weg wieder. Wo hat das denn? Hm, kein, kein Thema, kein Thema. So, warum was denn? Ähm, ich brauch drei Seile dafür. Ach, du Schande. Ähm, erstmal Meatballs reinziehen. So, haben wir noch irgendwo ein bisschen Gras? Ich glaube mal nicht. Ach ja, unsere schönen Bäume, die auch wieder abgeholzt werden müssen. Ja, das war's mit meinem Speedbuff. Okay. Guck ich mich jetzt hier mal ein bisschen um. Vier. Fünf. Sechs. Ich hör irgendwie komische Geräusche. Ja, ich auch. Ja. Das verheißt nichts Gutes. Mir wackelt auch gerade der Boden. Oh, Tentakel. Okay. Nicht schön. Nee. Habe ich auch nicht erwischt da so. Auch alles im grünen Bereich. So, dann würde ich da bitte gern ein Morsel ranhängen. Dankeschön. Dann könnten wir... Wie sieht's denn essenstechnisch bei dir aus? Oh, nicht mehr so gut. Nicht mehr so gut? Nee, ich hab noch 55. Naja, 63 geht's uns beiden ungefähr gleich. Ja, dann. Ich hab noch einen Morsel. Ähm, ja, heb's mal auf. Denn, ähm... Da fallen jetzt auch schon wieder was drin. Ah, super. Und ich koche gerade schon fleißig. Ach du Scheiße, was denn das? Attack. Äh, hier ist eine ganz böse Blume, glaube ich. Oh, okay. Ähm. Hunde, Hunde, Hunde. Oh ja, ich seh sie auch. Äh, soll man die einfach angreifen, oder? Im Prinzip müssten wir die eigentlich töten. Aber das Problem ist, das sind halt zwei, ne? Und eine alleine. Ach, du hast auch einen? Ja, ich hab auch zwei. Aua, aua. Das hat mir weh. Oh Gott. Ich lass mich aber gut treffen gerade. Hä? Ich sag ich zwei hinter mir. Ich sterbe. Oh, ich hab eingetötet. Ich muss hier Meatballs essen. Ähm, die verfolgen dich, dann greife ich sie an. Ja. Nein! Oh Gott. So, und was passiert eigentlich jetzt? Ich glaube, ich kann dich wieder erleben. Ey, du bist ja so ein Reist. Oh, ich bin auch tot. Das war's. No. So, ähm, ich bin der Meinung, wir dürfen auf alle Fälle, ähm, so, 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 so. Wir müssten vielleicht so eine Steinmauer bauen. Ähm, ich hab uns noch was vorbereitet, aber ich weiß doch nicht, wie man die baut. Oder wie groß man die bauen soll. Wie sieht's denn eigentlich zeitlich aus? Wo sind wir denn? 3 Minuten. Dann würde ich fast sagen, ähm, werden wir heute die Folge mal ein bisschen kürzer halten. Wir werden dann quasi die Welt resetten. 11 Tage ist jetzt auch nicht die Welt. Ähm, hätte besser sein können. Ähm, aber ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann morgen. Ähm, neue Welt, neues Glück. Jo, genau. Bis morgen dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.